hallo zusammen und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen video in bfa diesmal wieder mit meinem jäger heute habe ich es leider nicht geschafft mit dem stream und es wird wahrscheinlich auch heute keinen geben deswegen mache ich euch ein video und noch zur info dass die letzte woche war mit gold vielen nicht so viel das hat gold farmen viele das bedeutet ihr werdet nächste woche montag dann den zusammenschnitt von den letzten zwei wochen bekommen ich werde auch die woche noch mal was anderes ausprobieren aber ich habe die letzte woche so wenig zeit gehabt das macht keinen sinn für das bisschen da ein video zu machen deswegen wüsst ihr bescheid das nächste gold video kommt erst nächste woche so denn wollen wir mal wir haben ja letztes mal mit der tierjagd hier begonnen und sind jetzt auch hier reingegangen bedeutet wir fahren jetzt einfach mal weiter wir haben die quest haben wir ja alle eingesammelt und jetzt geht los so auf die tiere fertig los ah ja genau sparen wir mal fast in einem bullen drinnen von denen haben wir schon zwei da brauchen wir noch zehn ich habe heute mal die spiele musiker gemacht weil ist mir heute einfach mal lieber bisschen ruhiger ich habe den ganzen tag videos geguckt und mich um manche sachen gekümmert sieger ist da ich glaube da müssen wir da rein wir müssen nur an die tiere ich hoffe euch geht es allen noch gut ich hoffe euer tablettenpapier reicht ich habe auch keins mehr aber es gibt ja da schon durch ja war schlapp da ist der geile wir werden uns alle schütze ich habe gar keine fläche schütze stream hätte jemand was gesagt aber auch erst noch aufwärmung so heißt wir werden jetzt so wild ihr macht machen ich denke ja gucken wir mal heute nicht ganz so lange folge weil ihr habt ja letztes mal fünf stunden stream zu gucken gehabt und danke auf jeden fall noch mal dass neulich in mia lotha euch so gut ankommt das andere konzept das dauert noch ein bisschen muss wir erst mal durch eins durch arbeiten ach ja so viel zu tun aber ich möchte natürlich auch in der zeit die jetzt alle zu hause sind gucken dass ihr ausreichend versorgt seid mit videos und wenn ich schon nicht immer streamen kann bei videos geht halt einfach mal ist halt so wobei streams noch einfacher sind aber videos kann ich halt machen wie ich lustig bin und quatsch einfach drauf los in dem bullshit wenn ich gerade in dem thema zu erzählen ist ja und dann ist so so worüber wollen wir reden ich habe heute schon wieder zu viel twitter zugefügt mir zugefügt da ist wieder hat man den ganzen tag ja immer nur das gleiche und was das erschreckendste was natürlich im moment immer wieder ist die leute klauen sachen im krankenhaus die kommen gar nicht auf die station sondern die werden auf dem weg von vom lieferwagen zu den stationen geklaut und ganz ehrlich leute schämt euch einfach die fachkräfte die den ganzen tag da arbeiten und wahrscheinlich auch in viel zu langen schichten da stehen die brauchen die masken selber jetzt stellt euch vor ihr seid krank und müsst jetzt krankenhaus und das pflegepersonal hat keine sachen mehr kann euch nicht behandeln haltet euch das immer vor augen ich hoffe auch mal dass das polizeilich verfolgt wird dass die da ein auge drauf haben ob die sachen auf ebay auftauchen und 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 weil das geht gar nichts kann kann man nicht durchgehen lassen da muss gehandelt werden definitiv so ist mal gucken wir dann hier ja hallo na du da ich brauche ich davon brauchen wir noch acht ja die war fünf je nach vier sprache ein ziel ja hast du doch naja nicht wirklich aber was soll das ist sehr die quest wird in ungarn sondern die perlen besorgen aber das hat auch noch einen kleinen moment zeit lasst uns erstmal hier ich muss zuerst etwas anvisieren die krollhöfer machen ich meine wenn man jetzt lederer wäre das wäre jeder hall 0 ja das wäre ordentlich material aber ich habe mich ja dazu entschlossen zu sein ja ich habe schon drei lederer dazu gehörten jäger die mannte als jeder ist kirschner lederer das reicht es wäre fast bisher eigentlich eher weg bei den berufen wegen vorlagen auch und ich denke da sind wir oder bin ich gut abgedeckt so jetzt wollen wir ach so müssen schaman töten wir müssen den oberfatzke und die perlen müssen wir brauchen ich muss zuerst etwas anvisieren so ja klappt so kriegen wir gott sei dank zwei tiere die kümmern sich um alles immer schön heilen ich frage mich immer wie können einfach so durchlaufen mehr ja eigentlich bräuchten die eine bücker animation so da haben wir die ersten perlen die ob sie deren krieger werden die brauchte sei früher für den ruf du gehst da rein na ist frisch wie kann sie nur also mit den perlen könnte natürlich nicht hier dauern jetzt zwei ja ich kann mich erinnern ich habe das beruf kann man ja auch fahren ich kann mich schon erinnern dass es immer eine ganze zeit gedauert hat bis ich bis man die da sonst deckt vorbei zusammen hatte aber ich habe die auch nicht den lager gefahren sondern woanders doch das geht aber auch guck mal das geht darum red noch ein vulpera würde ich meinen ich brauche ein ziel ist da woran ich das gesehen habe an der schlange ich habe kein ziel an dem jägerpads da ein schlängelchen und er macht ja gerade den ring ich glaube der macht den ring es ist überhaupt der ring alter dieses trug drin da hängt mit ich muss zuerst etwas anvisieren jetzt ist es weg wow geht es hier rein ist hier eine hülle nope hätte ja sein können so ich brauche ich alle nicht braucht die kaster ich glaube die kaster waren waren hier hinten mehr von der wie weit der immer runter geht deshalb kleiner krümel ist ist halt so ein kleiner krümel genau bei ich weiß mal fest ins trüte haben wir die beiden mit zorbo der berater fehlt noch und wir brauchen nur ich habe kein ziel sieben perlen sechs aber wir können ja mal richtung zorbo laufen meine uga die perlen ist das da ja aber noch ein bisschen was vor uns das ist mir eindeutig zu leer hier oben da war eben einer jawoll gib mir mehr ip ach guck mal er steht doch da hallöchen zorbo der berater und immer gut das andere schamane ne irene kiej ja dann wieder runter da kommt der respawn würde ich meinen ich glaube den haben wir beim raufgehen schon gehauen So, fünf Perlen noch Dann haben wir das Auge Vier Perlen noch Also die tropfen doch ganz gut Hätte ich ja nicht erwartet Also sind die alle schon wieder da? Fahnt hier jemand rum? Dass die so schnell spawnen Das ist schon mal Arc schnell, würde ich meinen Das ist schon Arc schnell Oh 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 Na Meine Energie geht mir gerade flöten So, acht Stück Wollen wir den mal her Ich hoffe ja mal, dass es mit den Perlen jetzt auch noch schnell geht Dann haben wir das auch erledigt Ich habe kein Ziel Ich habe kein Ziel Na ja, hier oben ist nämlich der Ring des Blut Was ist hier? Oder weiter rüber Ich bin mir jetzt nicht gerade hundertprozentig sicher Weil ich meine Das war hier vorne irgendwo Also doch Der Ring des Blutes Da Könnten wir eigentlich auch machen Die Quest Ich habe vorher meine Perlen Zwei Stück noch Dann können wir gerne mal probieren Den Ring zu machen Aber dieses Tote Hier ist glaube ich gerade keiner drin Ne Ne Er ist halt schon schöner Wenn keiner drin ist Weil Das hat man immer wieder die Das mit den Quests Die sich überschneiden Dann geht das nicht Dann geht die die nicht Willst du die nächste machen? Dann macht der andere Aber die Vorsorge Es kann sehr anstrengend auf Dauer sein Ist hier noch irgendwas? Ne Da ist sie nix Na guck mal her Ach komm Hier So Können wir ja gleich erstmal das Futtern Fläschchen habe ich glaube ich auch noch eins in der Tasche Jawoll So dann tun wir mal eben futtern Ne nicht das Das da Achso ich habe sofort die Aussage gekriegt Schön Ähm Ich hatte doch irgendwo Fläschchen Da Die Angriffskraft wird erhöht Jut Dann machen wir das doch mal Jo Ja Funderquist Grüße man Wen muss ich denn hier anquatschen Den da Bleibt sauber Kommt in den Ring des Blutes Der Kampf beginnt gleich Ja dann Oh Hui Da kriegt mein Tier aber doch ganz schön Auf die Nase Oh Mein Tier ist gestorben Ja genau Ja genau Da kannst du ja nix machen Ne Ah Ich glaube das lassen wir Es ist doch Bisschen schwieriger Würde ich sagen Das ist doch schwieriger wie ich dachte Hätte ja sein können Hätte man vielleicht geschafft Ne Verurteilt mich nicht So Da sind noch die Windrocks Ich würde sagen Die machen wir eben noch Bevor wir Weiter gehen Auch guck mal Die Allianz Macht sich Gerade über Hala Hala Oder die Horde Versucht gerade zu switchen Das kann auch Verbleibende Wachen Ne Die Allianz Weil umsteht wurde Das dauert ja glaube ich Immer ein bisschen bis es übernommen wird Na gut Machen wir die Vögel noch Und dann gehen wir die Quest abgeben Für Die Hier für die Ihr wisst schon Die Vögel hier unten Ne Vögel sind da Hier unten sind übrigens glaube ich Da die Ogre Bei denen habe ich immer die Marken gefarmt So Da ran Ich hätte vielleicht direkt ein Tanktier Vielleicht immer Dings nehmen sollen Das hätte man vielleicht auch machen können Wobei Theoretisch Mit meinem Level Hätte ich Die Quest Machen können Aber da Das hier Angepasst Ist Nö Doch nicht Ich habe kein Ziel So Brauchen wir noch Neun Na dann Ich brauche ein Ziel Auf die Vögel Fertig los Das ist Zu weit weg Nehmen wir den Wenn er zu weit weg ist Mein Gott Zack Ich bin außer Reichweite So 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 Die beam Das haben wir auch Ähm 5 Stück Ja Locker Locker Oh ich freue mich schon wieder auf die Die Wühlen in Kacke Quest Die kommt nämlich auch noch Ich weiß nicht Äh Von denjenigen Die Die Ecke hier kennen Die auch schon mal Länger gequetzt haben Die wissen was ich mein Die Wühlen in Kacke Quest Das ist zu weit weg Hat was von Kaffeebohnen aus der Kacke Ruh So Den haben wir auch Dann nehmen wir die beiden noch Und dann sind wir durch Wunderbar Schau mal gleich mal Ich muss zuerst etwas anvisieren Das haben wir Und dies Noch einer Jawoll Und zack Fertig Fertig So die ersten Quests haben wir fertig Bedeutet Wir geben die mal eben ab Wir werden Erst hinten Zum Wobei Ne Ich glaube die Ist die ersten Vögel da Ne Ne Wir werden einmal nach vorne hin Ist das da Vorkommen Vorkommen Ja Wir werden hier noch genug rumfliegen Wobei Na Könnte kritisch werden Weil ihr seht Wir sind ja schon 77 Mit 80 geht's rüber Also ich werde mit 80 Definitiv Rüber gehen Das nächste Gebiet Das wäre ja dann Kata Bedeutet Äh Ja Nur ich hab mir immer noch nicht überlegt Welches Gebiet ich an Ich hab meistens immer ideal gemacht Vielleicht sollte ich wirklich mal den 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 So Die Perle Dem Typen können wir übrigens immer wieder die Perlen geben Um den Ruf zu kriegen Ihr habt gerade gesehen 500 Ruf gab's So Und jetzt Zur Wildteejagd Haben wir hier irgendwas besonderes bekommen Vielleicht schauen wir direkt hier gesteckt Hab ich den nicht selber Ne Hab ich nicht gebaut Ich dachte ich hätte den gebaut Ich hab mal so viel Zeug Was ich wegschicken kann Ja Na Kriegen wir hin Ich hab aber glaube ich auch keine Klamotten Die gesockelt werden können Ne Eine hatte ich Aber die hab ich auch schon gesockelt Das Licht sei mit euch Zu machen So Genau Da brauchen wir das Große Was geht euch durch den Kopf Hier brauchen wir Mögen eure Reisen sich führt euch hierher Auge von Askran Genau Jetzt müssen wir die drei großen machen Und am Ende macht man ja Das Glaub ich das Alec Ach da steht die Kommt schnell zur Sache Ich hab die nicht gesehen da drin Alter Schwede So Ja Die brauche ich nicht Das ballern wir mal alles weg So meine Lieben Hat nicht ganz zum Level abgereicht Aber es reicht für diese Folge Ich danke euch Was Iron Ich danke euch auf jeden Fall fürs zusehen Hoffe ihr hattet Spaß Und ich hoffe wir sehen uns Im Nächsten Teil wieder Also bis dahin Tschüss